Dieses Vorhaben, das schreit nach Gier. Das, was wir hier machen, ist eine Möglichkeit zu schaffen, eine richtige Zukunft für den Menschen zu schaffen in einer kommunistischen Gesellschaft. Das können Sie aber glauben, dass ich dafür kämpfe. Da gebe ich mein Herz für. Weil ich mein ganzes Leben da verbracht habe. Das ist ein Ort für Begegnungen und Konzerte. Es ist ein schöner Ort, wo sich Menschen kennenlernen. Ein idyllischer Platz, ein schöner Platz für die jungen Leute. Das muss erhalten bleiben. Die Geschichte muss erhalten bleiben. Wir brauchen ein neues Marburg. Ein großes neues Marburg. Jetzt geht es natürlich um ein politisches Zeichen und um den Kampf gegen den Kapitalismus, ganz klar. Wenn da so ein paar Hippies, ein paar Berufsdemonstranten nach Marburg kommen und hier die Bevölkerung auflegt, bitte Sie. Der Schein, mit dem ist es gut Kirschen essen. Vorsicht! Wir müssen eben heute auch in Marburg mal ein Zeichen sein. Die Geschichte aller Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. So auch die Puppe. Und so was wir kommen jetzt. Sie nehmen heute auch in Marburg. Wir müssen jetzt natürlich heute auch in Marburg hin. Und so was wir vor euch in Marburg damit.